Let's Play Magic 2014 Let's Play Magic 2014 Entsprechen oder nicht Meine Hand Prinzipiell schön, aber Damit komme ich nicht weit Damit kann ich nichts ausspielen Das ist schon bunter Ja, da Damit komme ich auch, klar Okay, dann fangen wir mal an Ich habe alle drei Farben Das ist gut Hoffentlich hat sie Nicht alle drei Farben Naja, weiß hat sie schon mal Es hätte mich verwundert Wenn es nichts wäre Oh, schon die erste Edelmut-Kreatur Hm, ich konnte da ja nicht mithalten So Aber ich habe hier meinen ultimativen Killer Jessischer Infiltrator Kann nicht geblockt werden Und durch Edelmut Es ist ja so wunderbar Immer wenn eine deiner Kreaturen Allein angreift Erhält sie plus eins plus eins Für jede Edelmut-Fähigkeit Auf deinen bleibenden Karten Im Spiel Ich glaube, das sieht gut aus Außer der Gegner kann sie irgendwie loswerden Ja, der Gegner kämpft mit 2-2 Das überspringe ich Soll er ruhig machen Ich möchte meine Edelmut-Kreatur nicht opfern Stattdessen Ich glaube, ich werde sogar den ausspielen Ich kann ihn leider noch nicht anrüsten Plus 2, plus 2 Lebensverknüpfung Und Trampelschaden Was kostet denn das Ausrüsten? Drei Mana Hm So, nutzen wir unser Edelmut ebenfalls Drei, drei Ernst, Pet Was nun? Bitte hab kein Blau Bitte hab kein Blau Bitte hab kein Blau Wobei, die Farben sind ja auch schon böse Damit kann sie bestimmt 80% ihres Decks spielen Aber sie spielt nichts Das ist interessant, YouTube Das ist interessant Ach, nö Ich rüste die damit aus Ähm, ja Mittlerweile hab ich sogar gelernt Wie man das umschaltet Mit SDRG Kann man das in meinem Computer umschalten Ich habe nichts weiter auszuspielen Deswegen passt es schon Tja, Pech Oh, nein, 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 nein Ich möchte ihn nicht auf Ich möchte mit ihm angreifen Und durch die Lebensverknüpfung kriegt sie jetzt 5 Schaden Ich krieg 5 Leben Ist das nicht geil, YouTube? Meine Gegnerin muss sich was einfallen lassen Sonst wird das ein Sieg für mich Obwohl ich das Deck nicht weit ausgebaut habe Zehn Karten wurden ja durch die Promocodes in der Beschreibung Falls ihr sie noch nicht aktiviert habt Zehn Karten wurden ja dadurch in jedem Deck freigeschalten Oh Mein Gegner ist Mana-Screwed Das ist ein schnelles Duell Das finde ich schade Ich werde Dich spielen Eine 3, 4 Für 3 Mana 3 bunte Mana Mit Lebensverknüpfung Nicht schlecht die Karte Aber nicht so gut wie Eine ausgerüstete Alleinangreifende 5, 5 Die nicht geblockt wird Von wem auch? Ja Oh Oh Sie hat jetzt alle Farben Und hat auch Äh Nix Hm Ich hab nette Karten auf der Hand Ich kann sie alle ausspielen Gut So schlecht ist das Deck nämlich gar nicht Wie ich es immer Gedacht hatte Das ist die Frage Och Hau mal die raus Das Edelmut Wirkt leider nur Wenn sie alleine angreift Wenn ich es jetzt so mache Wirkt kein Edelmut Edelmut tut selten gut Au 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 Was? Ha ha Hatte Unter die Bibliothek Ja Meine Kreatur wurde unter die Bibliothek Okay Bibliothek gelegt Rastig aus oder nicht Nein Aber mein Gegner Hat auch so eine Oh Das ist jetzt ein Kleines Problem Ich erkläre euch auch Warum Das Problem an der ganzen Sache ist Die hat Lebensverknüpfung Ich musste ihm jetzt mehr Schaden machen als Wartet Wartet Oh ich kann beide spielen Ja Ich kann sowieso Bloß die spielen Und das nicht ausrüsten Sehr schön Dann greife ich mit dem an Und wenn sie dumm genug ist Blockt Halt Nur mit dem Schön den Edelmut Boing Sie muss blocken Sie blockt auch Ihre Kreatur ist down Sie kriegt nochmal Leben dazu Mal schauen Was kommt Ja Hallo Den habe ich auch auf der Hand Ja Damit Warte mal Edelmut Die ich kontrolliere Oder im Spiel Das wäre interessant Immer wenn ihr Angreift Erhalten sie Im Spiel Das wäre Interessant Ja Durchaus interessant Wir attachen jetzt Dieses Teil An meinen nicht Nicht blockbaren Das Problem An der Sache Wartet Wenn Den kann er nicht blocken Kommen neun durch Sie blockt wahrscheinlich Einen von denen Wahrscheinlich den da Dann kommen neun durch Genau Neun Schaden Auch ohne Edelmut Okay Das habe ich jetzt nicht erwartet Dass sie den blockt Gut Das war unser erstes Match Gegen den ersten Planeswalker Auch die Rache Habe ich gewonnen Und ich habe eine Furchtlose Skotte gewonnen Drei Mana Drei Drei Wenn ich sie opfere Kriegen alle meine Kreaturen Unzerstörbarkeit Bis zum Ende des Zuges Eine starke Kreatur Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ciao